Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Little Nightmares bei mir auf YouTube. Wir fahren mal wieder hoch. Wir sind im Krankenhaus gefangen. Wir müssen hier irgendwelche Rätsel lösen. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal den Schlüssel. Das ist schon mal fett. Die Schlüssel braucht Schlüssel auf der Seite. Oh nö. Sind schon alle ein bisschen komische Norexionen. Wer macht denn sowas? Oh mein Gott. Wunderbar. 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 Wenn die Musik schon so komisch wird, ist da das irgendwie gleich irgendwas passiert. Alles klar! Nicht fit oder was? Oh, oh, oh. Oh, oh! Alter, dein Ernst? Wartet die jetzt hier, ob ich schon noch springe oder was? Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, sie kommt sie da! Nein! Haha! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich她be gerade Panik! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich hätte ihn auch mal mitnehmen sollen oder so. Und du? Willst du ihn jetzt hier mitnehmen oder? Ich glaube hier nicht. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt hier durchmachen muss. Oder ich nehme doch mit. Das kann ja sein, weil ich habe ja hier nichts gekriegt. Ich gehe halt noch. Irgendwas mitnehmen hier oder so. Ich gehe nicht mitnehmen. Okay, er geht nicht mit. Also es ist... Muss ich hier dann. Ja und hier bin ich ja reingegangen. Also... Stoffbronzen. Habe ich was übersehen? Ich glaube ich möchte ihn das Auto jetzt nochmal neu auslösen oder? Ja, so ist das schön hier. Ja. So ist das schön hier. Hm. Okay, hier kommt... ...trotzum die... ...bruselische Musik. Ah, dürfte eigentlich nichts mal kommen, oder? Die haben ja alle platt gemacht. Ah, tut's auf den Tisch. Toll. Das habe ich schon nie gesehen. So. Wie los? Wie los? Komm mit? Hey. Du. Das ist schon ein gruseliger Raum hier. Muss ich mal so sagen. Also ich würde diese... Sicherung hier vorne mal versuchen reinzumachen. Und dann noch eine rauszuhören. So. So. Okay. Okay, ich lasse da elektrische Schuhe. Ist auch nicht schlecht. ... So. Ich steh mal hier... ...das Loch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles klar. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Alter. Nicht deine Angst. Hoho. Ich hab gerade übel. Es geht laut. Der bewegt sich doch bestimmt noch gleich, oder? Oh mein Gott. Ich würde das gar nicht mehr spielen. Buh, das ist genauso gut. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß es gleich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Die mit dem Hakenhand bewegt sich bestimmt gleich oder so. Irgend so ein Dreckvieh wird sich da bestimmt bewegen. Alter! Boah! Alter! Mein Herz! Ich schulde jetzt schon mal die Aufnahme beenden, bevor ich hier ein Herzkasten kriege. Ich danke euch für's mal versuchen und ja, ich hoffe doch bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, bye bye.